Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein bisschen neugierig, ob Sie gewonnen haben? Na, dann wollen wir Sie nicht länger warten lassen. Bitte, Rudi. Einen Ford Fiesta CLX gewinnt die Endziffer 741-9472. Eine Reise nach Kenia mit Safari gewinnt die Endziffer 043-1653. Eine Reise nach Goa-Indien mit Nepal-Rundreise gewinnt die Endziffer 495-4611. Und eine Reise nach Hongkong, Bangkok und Phuket gewinnt die Endziffer 175-1356. So, das war's für diese Woche. Allen Gewinnern einen herzlichen Glückwunsch. Sie werden sich ja auch nächste Woche einschalten, zur selben Zeit, weil Sie ja wissen wollen, ob Sie Schwein gehabt haben. Guck, ingèmert mich. Musik 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 Musik